Shiro Utsuri Omosako, 51 cm frischer Sansai. Auch hier Motoguru an beiden Knossen. Ein tolles Erscheinungsbild, sieht richtig toll aus, ist schneeweiß. Man sieht es hier im Kunstlicht, sogar die Messschiene ist gelb, also der Fisch ist wirklich toll. Eine tolle Kopfzeichnung, schwarze Nase, stellen wir mal den Kraut los. Sehr schöne Flossen, ein toller Shiro Utsuri Omosako, auch den haben wir als Tosser gekauft.